Da sitze ich nun nicht am Ator und bin so klug als wie zuvor. Wer bist du denn? Ich bin der Geist, der stets verneimt. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Es möchte kein Hund so länger leben. Ich bin keiner von den Großen. Doch willst du mit mir vereint deine Schritte durchs Leben nehmen, und so will ich mich bequem, dein zu sein. Auf der Stelle. Ich bin ein Geselle. Darf ich wagen, Arm und Geleit ihr anzutragen? Wenn weder Fräulein, weder Schön, kann ungeleit nach Haus gehen. Beim Himmel dieses Kind ist schön. So etwas habe ich nie gesehen. Wenn ich das junge Blut heute Nacht in meinen Armen ruht, so sind wir um Mitternacht geschieden. Damit ihr seht, dass ich eurer Pein will förderlich und dienlich sein, wollen wir keinen Augenblick verlieren. Vielleicht heute noch in ihr Zimmer. Nennst Glück, Herz, liebe Gott. Ich habe dafür keinen Namen. Und der Mensch, den du dabei hast, ist mir aus tiefer innerer Seele verhandelt. will ich von Gekke? Und der ist ein Teil von Gekke. Ich bin vermutlich, glaube ich, mit dem Gekke. wrampf'er... von Gekke. Bei mir von Gekke. Untertitelung des ZDF, 2020